Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum, nach wie vor auf dem Server von 321 Spiele unterwegs und ja, ich habe ein bisschen was noch gemacht, wir haben ein paar Schränke habe ich immer noch mit reingebastelt offline und zwar habe ich die auch benannt, wir haben einen Waffenschrank, wir haben ein Händlerzeug, wir haben einen Nahrung- und Medischrank, wir haben eine Baumaterialkiste, eine Kiste für Kleidung und eine Kiste für Sonstiges. Ich werde wahrscheinlich auf Schränke gehen, weil die tatsächlich relativ auch großzügiges Inventar haben, was man hier alles reinlegen kann, also mehr wie in der Kiste zumindest und das hier ist jetzt beispielsweise als Zeug, was wir beim Händler verkaufen. Folgender Plan in dieser Folge, Häuser und Sonsten hat sich nicht großartig verändert, ich werde auch, wenn ich was suche, ich war tatsächlich einmal noch bei der Polizeistation, habe ich Polizeistation gelootet, keinerlei Munition leider rausbekommen für meine Waffen, deswegen, ja, hat sich es leider da trotzdem erledigt an der Stelle. Wir werden jetzt folgendes tun, wir werden jetzt noch einmal in die, ja, zur Polizeistation gehen, werden versuchen da nochmal Loot rauszuholen, ich hoffe, dass es schon wieder Reset war, dass da mit der Zeug nachgespawnt ist und werden uns noch einmal den Rucksack in der Stadt voll machen und danach werden wir tatsächlich losziehen, also das letzte Mal, wo ich es versuchen werde, mir jetzt Waffen zu holen, ich würde eigentlich ungern ohne eine Waffe, wenn es nur eine Handfeuerwaffe ist mit 5 Schuss, wäre mir das recht, ähm, würde ich nur sehr ungern losziehen wollen, deswegen eine Waffe hätte ich gerne, deswegen werden wir jetzt einmal noch die Stadt looten, die wir ohne Probleme looten können und dann ziehen wir los. Ich bin nach wie vor am Überlegen, ich glaube, wir werden nachher hier unten zu dem Händler gehen, auch wenn er ein bisschen weiter weg ist, weil der hier oben im Schneegebiet einfach ein bisschen bescheidener ist. Du kannst gerne herkommen, wir werden so langsam immer besser, was die Zombies angeht, natürlich trifft er mich gleich zweimal, ich hätte nichts sagen dürfen, glaube ich. Äh, zwei C1 Blutungen, ich hätte jetzt einen Notverband tatsächlich, aber, äh, den habe ich gefunden in der Polizeistation, ein Steril-Notverband sogar, aber ich glaube, der reicht nicht mal, oder? Ne, der reicht nicht mal, ich bräuchte zwei, damit es reicht. Faden lohnt sich leider nicht, schade, aber C1 Blutungen werden wir einfach nach wie vor aussitzen müssen, die hauen aber auch kräftig zu, die Zombies, muss man sagen. Sektor Z3, Z ist zu weit weg, oder? Z ist unten, ja. Kannst leider völlig vergessen. Äh, looten würde ich hauptsächlich, die Dinger hier sind nicht, oh, Server hängt schon wieder. Ja, der Holler. Okay, Tür auf, Tür zu. Server hängt gerade mal wieder gewaltig. Äh, ist tatsächlich ab und zu mal ein kleines Problem, gerade wenn du es da gegen die Zombies kämpfst, aber hier ist, glaube ich, nichts. Ah, ein Angel, äh, Angelköter. Boah, es hängt echt gewaltig, alter Verwalter. Können wir nach oben gucken, ob da vielleicht noch irgendwas rumliegt. Ich kletter bereits hoch. Ja, was ist denn mit dem Server los? Okay, wir, wir kletter, oder wir klettern nicht. Ja, jetzt klettern wir. Interessant. Hier oben liegt aber auch nichts, die Kiste ist nach wie vor die alte, den Müll brauchen wir jetzt nicht zu durchsuchen. Da liegt nichts im Regal. Irgendwas liegt hier im, hä? Das ist die Kiste, oder? Ich glaube, es ist die Kiste, die wir hier durchsuchen können. Äh, gerade das Kämpfen gegen Zombies ist natürlich, wenn der Server ruckelt, relativ schrecklich, aber, äh, gut. Immerhin sind wir halt auf dem Server, der gut besucht ist. Von dem her, ja. Was allerdings halt natürlich auch ganz nett ist, wenn du mal einen Server hast, der gut besucht ist. Metallschrott, ähm, gerade dieses Baumaterial, Metallschrott und so weiter, würde ich mit Offline eher zusammen... Alter. Ich hoffe, es wird wieder besser. Ist gerade echt schlimm. Krieg die Tür nicht auf. Jetzt macht er auf. Also im Moment muss ich alles dreimal klicken, bis er was tut. Hier scheint aber zumindest schon mal ein bisschen wieder Zeug da zu sein. Äh, die Metallschrott lassen wir jetzt mal liegen. Würden wir eher meinen Rucksack mit anderem Zeug vollstopfen. Im Idealfall eben eine Waffe. Das ist das Einzige eigentlich, was wir momentan... Wo ich sage, ja, Waffe bräuchten wir schon unbedingt. Die hängen zusammen, die Dinger. Irgendwann werde ich das auch mal lernen. Eigentlich soll man auch alles rausziehen. Weil das Erfahrungspunkt gibt. Wir können uns mal versuchen, ein bisschen dran zu halten. Und das Zeug hier tatsächlich auch rauszuziehen aus den Kisten. Da wäre Dünger. Müsste das, glaube ich, sein. Sporantasche? Eine Sporantasche. Wow. Ja, Holla. Nice. Aber natürlich so Taschendinger sind natürlich auch ganz nice. Äh, Geschmack prüfen. Wir brauchen tatsächlich leicht verdorben roh. Jawohl eine Zwiebel... Ja, wir werden uns jetzt so verzweifeln... Noch sind wir nicht so verzweifelt. Aber wir brauchen tatsächlich... Nahrung ist tatsächlich auch etwas... Das ist ja... Alter. Trucker-Jacke. Nehmen wir mit. Ah, unsere Jacke müssen wir wieder reparieren. Trucker-Jacke war da drin. Anscheinend. Es ruggelt echt gewaltig. Uh, geil. Also, nicht der BH, sondern das kleine Werkzeug-Ding. Denn, äh, mit dem Werkzeug können wir schon mal weiterbauen. Panzertape nehmen wir auch mal mit, solange es voll ist. Feuerwerk. Jo, warum nicht? Und den Draht, der ist auch gar nicht schlecht. Oh, das Werkzeug ist schon mal nice. Muss ich mir kein inprozessiertes Werkzeug mehr herstellen, sondern wir haben tatsächlich Werkzeugkisten. Wir haben auch noch die große, aber die habe ich mittlerweile auch ein bisschen, äh... Ja, Aufladung halt verbraucht. So, Tür zu. Jo. Uh, nice. Den brauchen wir. Der hat leider sehr viel Platz, was er wegnimmt. Das heißt, wir können fast schon wieder nach Hause laufen. Aber Benzinkanister... Sogar, äh, sogar ein bisschen Benzin drin. Mega. Ähm, no. So, bitte. Benzinkanister ist auch super. Also, loot-technisch läuft's gerade. Benzinkanister, wenn wir, äh, jetzt tatsächlich ein Auto kriegen. Also, Ziel ist es natürlich, mir ein Auto zu holen. Äh, ich werde's wahrscheinlich kaufen müssen. Ich weiß nicht, wenn wir eins finden, da haben wir Glück. Wenn wir keins finden, werden wir uns eins holen müssen. Äh, da ist natürlich kaufen das, äh, altbewährte Mittel momentan. Da liegt schon mal eine blaue Zange. Wir werden jetzt aber erstmal noch ein kleines bisschen looten. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir nicht. Zange kann raus. Oh, die Taschenplätze, die gefallen mehr. Und auch das erste Mal, dass ich so eine Tasche tatsächlich finde, haben wir in der ersten Staffel nicht gefunden. Oh, ich hoffe, dass das Ruckeln weggeht. Bei der Polizeistation hast du halt immer Zombies, gegen die du kämpfen musst. So, so. Autos, leider bis jetzt immer, ja, schlechterer Loot drin. Zurzeit. Nichts mehr Sinnvolles rausbekommen, schon länger. Aber ich hoffe eigentlich, wir haben zwei Igel, äh, Diegel, nicht Igel, sondern Diegel. Äh, wo wir eigentlich gut Marine-Mütze und einen Weihnachtspullover. Dann können wir jetzt aber doch mal ins Schneebiom gehen, nehmen wir den auch erstmal mit. Ich hab die Taschen halt voll aufgrund des Kanisters jetzt, natürlich. Da liegt Metallschrott, den brauchen wir nicht. Gucken wir mal. Ich bin jetzt nicht mehr auf alles angewiesen, tatsächlich, was hier rumliegt. Da liegt auch Metallschrott vor. Ach, da hat schon einer raus. Oh, da hat, glaube ich, schon einer gelootet. Kann natürlich auch passieren. Wir sind halt nicht allein auf dem Server, wenn jetzt kein Reset war. Sind halt die Schränke beispielsweise schon leer. Da ist Papier drin. Da ist nichts drin. Ich glaube, hier war schon einer. Verschlossen. Aber vielleicht hat er die Schränke nicht gemacht. Atemschutzmaske, können wir mitnehmen. Ist einiges wert, das Zeug. Gerade dieses ganze Accessoire-Zeug natürlich. So, stellen wir mal Dietrich Nummer 1 her. Eine H-Klammer haben wir ja. Schlösser knacken, Schraubenzieher haben wir einige. So, erfolgreich. Bei 4. War das Schlechterste, glaube ich, bis jetzt. Ah, Schrotmonie. Bringen uns nichts. So, H-Klammer rausnehmen. 1, 2, 3 brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Soweit ich weiß, können wir hier nicht erschossen werden. Alter, es ruckelt aber wie Hölle. 2, 3. Mittlerweile übrigens Ruhmpunkte. 125 Ruhmpunkte. Ich habe nur gebaut und habe einmal offline in die Polizeistation geguckt. Du, das wird übrigens jetzt nicht dauerhaft vorkommen. Ich werde mit euch natürlich versuchen, alles zu looten. Das heißt, ich wollte nochmal nach Munition gucken, damit wir vielleicht heute gleich los können. Jetzt machen wir nochmal die Polizeistation in der Hoffnung, dass wir eine Waffe finden. Aber wenn ich loote, dann tatsächlich halt eigentlich mit euch. Denn ich habe es so vor, das Let's Play Zoo zu gestalten. Bauen werde ich offline. Weil ich glaube, das ist auch recht uninteressant für euch. Vor allem dauert es halt auch sehr lange. Müsst ihr nicht noch einen Dietrich haben? Ah ja, hat er nicht hergestellt. Geil wäre natürlich ein Airdrop. Aber der müsste halt in der Nähe sein, solange wir kein Auto haben. 9 Millimeter, das ist zwar ganz schön. Das wäre Pistolen, Munition. Aber uns fehlt im Moment zumindest die Pistole. Also eine normale Pistole. Beziehungsweise halt ein Magazin für eine normale Pistole. Ich glaube, das ganze andere Zeug hier, die Schreibtische und so weiter, sind alle schon gelootet. Haben wir gar keinen Platz mehr? Doch. Ah, es leckt immer noch, nach wie vor. In der... Oh, mal eine Cola-Dose. In der Küche müssen wir auf jeden Fall mal nachgucken. Ähm, ob wir da noch was finden. Schlösser wären auch nicht verkehrt. Alter. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, dass das so leckt. Das ist allerdings... Es gab auch wieder ein Update. Teilweise ist es... Oh, ein Becher Kaffee. Ich glaube, das ist der erste Becher Kaffee, den ich jemals hier rausgezogen habe aus so einem Ding. Ja, hier ist auch schon... Die Frage ist, wenn die Dinger hier aber verschlossen sind, und da war ja auch Munition drin, würde die wahrscheinlich keiner gelootet haben. Aber wieso auch den Becher Kaffee stehen lassen hat, ist mir auch ein Rätsel. Da ist auch was drin? Oder? Ne, ist nichts drin. Lucky Star-Zigaretten. Jetzt muss man gleich aussortieren. Äh, Schrauben, also... Nägel, Hammer eigentlich. Schlösser sind wertvoller wie ein Nägel im Moment. Büroklammer können wir gleich mal dann umwandeln in zwei Stück. Dann können wir die H-Klammern brauchen wir nicht benutzen, sondern können Büroklammern benutzen. Und dann gucken wir mal. So. Schraubenzieher, Anwendung, Hammer. Ich glaube, ich habe 80 Schraubenzieher-Anwendungen. Das ist kein Witz. Also, gerade für den Anfang natürlich super. Oh. Uh, das erste Mal versagt. Oha. Aber ich habe da tatsächlich jetzt auch... Jetzt haben wir es. Ah. Ist was Sinnvolles drin wenigstens? Nichts. Okay. Danke fürs Gespräch. Äh, H-Klammer rausnehmen. Herstellen. Ganze herstellen gibt natürlich auch Ruhmpunkte. Also, wir sind jetzt bei 127. Und looten natürlich auch. Sehr schön. Jetzt läuft es wieder. Ab und zu habe ich mal einen Ausreißer drin. Aber eher selten. Äh, wirklich sehr selten. Ein Gummiband brauchen wir nicht. Antibiotika habe ich übrigens, äh, gefunden bei der einen, äh, wo ich das eine Mal durchgelootet habe. Das war, glaube ich, so ziemlich das Wertvollste, was ich gefunden habe, war das Antibiotika. Da hat es sich zumindest gelohnt an der Stelle. So, kein Zombie in der Nähe. Dann gucken wir nochmal die Schränke durch. Ob wir da noch was haben. Äh, eine Baseball-Cappy. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Mützenhammer eigentlich. Ein Motorradjaggewehr ein bisschen was wäre tatsächlich. Aber mein Objekt der Begierde wäre nach wie vor Munition. Zigaretten sind, glaube ich, eine ganze Stange wert. Deswegen Zigaretten behalten wir mal. Und dann haben wir noch zweimal. Haarklammern sind bald durch. Brauchen wir eine neue Schachtel. Aber die zwei hier knacken wir auch noch. Polizeistation eigentlich nicht mein Favorit, was Loot angeht. Weil ich finde Loot echt nicht gut in Polizeistationen. Aber besser wie nichts. Weiß nicht, wie sich der Server-Rummel im Übrigen aufs Schlösserknacken auswirkt. Leer. Haben wir eigentlich Handschuhe? Jetzt. Aber es ist echt... Es ist so ein Millimeter teilweise. Teilweise mal ein bisschen mehr. 9 Millimeter Magazin. Wir haben eine 9 Millimeter, die ist relativ im Arsch. Aber wir haben jetzt ein 9 Millimeter Magazin. Und wir haben ein bisschen 9 Millimeter Munition. Das ist eigentlich alles, was ich möchte. Wir können zumindest ein bisschen mit 9 Millimeter durch die Gegend schfeuern. Wir haben zumindest eine Waffe. Okay. Klein Vieh macht auch Mist. Wir werden uns mit der 9 Millimeter begnügen. Ich hoffe, das passt. Und mit der werde ich dann losziehen. Also eine Handfeuerwaffe hätte ich gerne. Mir kommt es gegen Zombies klar. Aber gegen Bären beispielsweise kommst du nicht klar. Pfeil und Bogen können wir nicht wirklich benutzen. Weil wir es nicht geskillt haben. Ich es auch nicht benutzen möchte. Außer wir finden wieder eine Armbrust. Die würde ich tatsächlich nehmen. Aufladung haben wir jetzt auch von den Schraubenziehern. Soweit nochmal alles verbraucht. Einmalhin nochmal ein 9 Millimeter Magazin. Also alles perfekt. So wie es aussieht. Wir können... Die Autos haben wir gemacht. Wir gucken schnell nochmal in den Supermarkt rein. Und wir da vielleicht noch was finden. Haben wir ein paar Ersatzwaffen. Also ein paar Ersatzkoilen bereits hergestellt. Wenn wir wieder sterben sollten. Damit wir ein bisschen was auf Tasche haben. Aber Nahrung wäre noch ein Thema. Da liegt irgendwas. Yoga Leggings. Mitnehmen. Labotten können wir gebrauchen. Kohle können wir gebrauchen. Nix drin. Ich hatte mal hier eine Schrotfelle... Leuchtfackel. Nehmen wir mit. Leider kein Essen. Also. Können wir wieder zumachen. Wir versuchen uns dran zu halten. So gut es geht. Da können wir nochmal reingucken. Das ist ja auch nochmal ein Laden. Und wir da noch was zu essen finden. Aber es sieht eher nicht danach aus. Das ist nicht lootbar. Hier liegt schon wieder eine Jacke. Kann sein, dass da schon einer wieder Zeug rausgezogen hat. Aber dann müsste der erst... Eine Strumpfhose. Müsste der erst frisch hier durch sein eigentlich. Können wir irgendwas... Eigentlich das hier kann eigentlich weg... Klebeband habe ich mittlerweile auch schon daheim liegen. Und Klamotten kannst du halt doch irgendwo beim Händler mal wieder verticken. Die Frage ist aber auch... Wie viel nehmen wir... Jetzt hängt es schon wieder. Die Frage ist, wie viel nehmen wir zum Händler tatsächlich mit an Zeug? Ich habe ja mal die Hoffnung, dass hier ein bisschen was drin ist. Genau sowas. Schachtel 9mm. Perfekt. Wir haben 9mm Magazin. Bikerjacke wäre nice. Aber ja. Wir haben eine 9mm Handfeuerwaffe. Wir haben jetzt ein Magazin. Leider nur ein Magazin tatsächlich für die 9mm. Aber besser wie nichts. Und wir haben 9mm Patronen. Jetzt nochmal eine ganze Schachtel voll. Ich muss nur bis zum Händler kommen. Klar, gegen den Spieler beispielsweise kann ich mich jetzt nicht wirklich zu wehr setzen. Mit meinem einen Magazin auch besser wie nichts. Kindergulaschkonserve. 4 von 4. Okay. Welcher Kaffee? Nur, den würde ich gerne mitnehmen tatsächlich. Das Schloss allerdings auch. Die Haarklammern auch. Den Partyhut. Kann es zwar gut verkaufen, aber das Gulasch ist besser. Okay. Was haben wir hier noch? Oh. Okay. Jetzt wird es schwierig. Nehmen wir einen Singer. Das schmeißt wir nicht raus. Leider ist hier der eine Slot halt belegt. Den Weihnachtspullover. Und wir nehmen dafür beide Haarklammernboxen mit. Denn die brauchen mir wieder. Da war glaube ich noch ein kleiner Raum. Genau. Hier ist nochmal ein Lager. Ah ne. Das ist das Lager. Okay. Hat sich gelohnt auf jeden Fall der Ausflug. Im Moment lohnt sich aber halt auch wirklich jeder Ausflug. A 4. A ist aber auch. A ist hier. A 4 ist. Da ist er. Es kann tatsächlich sein, dass er neben unserem Lager auch mal ein Airtrop runter geht. Dann müssten wir halt zufälligerweise da sein natürlich. Dass wir den mitkriegen. Aber das wäre nicht schlecht. Wenn wir da einen hätten. So. Gesundheit ist schon wieder bei 100. Einwand frei. Das hier noch. Das hier noch. Ich würde sagen. Taschen sind voll bis oben hin. Wir gehen zurück. Wir haben einen Benzinkanister gefunden. Was geil ist, wenn wir tatsächlich ein Fahrzeug haben. Weil wir damit dann schon mal Benzin holen können. Wir haben 5 Einheiten Benzin sogar drin. Das ist immerhin was. Und ich bin mit dem Loot sehr zufrieden. Wir haben vor allem jetzt die Waffe. Hoffentlich. Dass wir eine Waffe fertig machen können. Und damit können wir zumindest anfangen loszuziehen. Die Frage ist tatsächlich. Entweder ich laufe hier die Straße entlang. Würde hier. Das hier würde ich auslassen. Weil es zu nah bei mir noch ist. Da würde ich mir die Taschen, die ich voll machen müsste, zurücklaufen. Ich würde eher schauen. Hat einer was angebaut? Ich würde eher schauen, dass ich hier vielleicht anfange zu looten. Eher nach da weiterlaufe. Hier die Stadt loote. Beim Händler zu viel Zeug verkaufe. Dass ich mir ein Motorrad leisten kann. Oder im Idealfall ein Fahrzeug. Was allerdings teurer ist. Und dann da dementsprechend. Ne, das ist ein Bärenbusch. Ähm. Da dann dementsprechend. Mir erstmal ein Auto kaufen würde. Dann zurück zu meinem Häuschen. Und dann können wir, wenn wir mobil sind. Haben wir halt die Freiheit hinzufahren. Wo wir möchten. Klar, die Händler sind trotzdem weit weg. Ich würde sogar irgendwann sagen. Wir reißen unser Gebäudchen ab. Und bauen uns hier unten in die Safe Zone rein. Weil einfach viel näher am Händler dran ist. Klar, du musst hier unten drüber fahren. Aber trotzdem ist sie viel näher. Äh. Wie alles andere. Äh. Die hier ist leider am Arsch der Welt. Aber da würde ich eher die unteren der Safe Zone nehmen. Mal gucken. So. Gehen wir erstmal zu. So. Vorteil ist jetzt. Wir können jetzt hier einfach sagen. Sonstiges. Da kommt das Ding rein. Das hier ist Baumaterial. Dann haben wir, äh. Waffen. Kleidung. Kommt hier rein. Kleidung. 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 Dann haben wir Kleidung. Das hier ist sonstiges. Wobei, das ist eher Händlerzeug. Äh. Verkaufzeug. Die Zigaretten. Händlerzeug. Ähm. Händlerzeug. Händlerzeug wollte ich eigentlich aber noch vorher nochmal reparieren. Das da ist, ähm. Nahrung und Medizin. Händlerzeug ist das hier. Auf jeden Fall. Die 9mm-Patronen. Das hier ist so sonstiges. Die 9mm-Drohnen können wir gleich mal auspacken. 30 Stück. Ja, holla. Hier haben wir nochmal Leuchtspur-Munition. Äh. Schlösser würde ich bei Baumaterial mit reinschmeißen. Magazin können wir gleich mal auffüllen. Am besten mit der 9mm-Munition laden. Papier können wir gerade nicht rausziehen. Dann haben wir noch, ja, Schrot-Munition und Haarklammern. Da sind jetzt nur noch drei drin. Heute noch so ein, ähm. Händlerzeug, Nahrung, Sonstiges. Pack's mal bei Sonstiges rein. 13. Würde ich auf jeden Fall mal hier hinpacken. Das ist Sonstiges. Das ist Sonstiges. Die Patronen lassen wir da drin. Das ist Waffen. 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 Magazin nochmal in der Hand. Dann gucken wir gleich mal, ob wir die laden können. Äh. Die Frage ist, Baumaterial, Händlerzeug, Sonstiges, oder? Sonstiges, die Haarklammern. Und das hier ist Händlerzeug, ähm. Nahrung und Medizin. Ich habe eine Wasserflasche übrigens gefunden. Die habe ich gefunden. 5 von 5. Das ist sehr nice, dass wir die bekommen haben. Und, ah, Magazin ist nicht mal voll. So, das hier ist das Händlerzeug. Wir haben allerdings hier Waffen. Inventar öffnen. Und zwar haben wir hier eine HS9. Die ist relativ im Arsch. Aber besser wie nichts. Hier haben wir nochmal 9mm Patronen. Muss man das so machen. Ein Diegel-Magazin, aber wir haben keine Diegel-Munition leider. Aber 9mm haben wir jetzt. So, da ist kein Magazin drin. Munition laden. Ja, okay. Hätte ich mir sparen können. So, machen wir das Ding voll. Ähm, wir bräuchten Waffenreparatur-Kit, um das Ding zu laden. So, Diegel hier rein. M9. HS9. Scheiße. Geht nicht, oder? Jo. M9-Magazin und das ist eine HS9. Scheiße. Sonst haben wir nur Diegel. Diegel, Diegel, Diegel. Wir haben zwar ein Diegel-Magazin, aber leider keine Munition für die Diegel. 45er HS... Entweder mein Verbindung ist einfach noch abgebrochen oder ich starte schon wieder den Server neu. Ich weiß nicht, es kann sein, dass... Okay, wir haben 16 Uhr. Es kann sein, dass um Punkt 16 Uhr immer ein Server-Neustart ist. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es kann jetzt sein, dass Punkt 16 Uhr dann immer ein Server-Neustart ist. Das muss ich meinen Let's Plays dann natürlich einplanen. Ich glaube, ja, wir werden jetzt die Verbindung nicht herstellen können, weil der Server gerade neu startet. Das dauert 5 Minuten. Dann haben wir eine recht kurze Folge. Ja, Verbindung abgelaufen. Dann haben wir eine sehr kurze Folge. Ach, da ist so eine Bauchtasche, die wir hier bekommen haben. Geil. Eigentlich so eine Art Handtasche. Aber schön. Zusätzlicher Platz. In der nächsten Folge, wir können zumindest einen Schuss in die... Ja, einen Schuss laden in unsere Waffe. Immerhin. Besser wie nix. Dann gehen wir halt damit los. Ich würde jetzt dann in Richtung Händler aufbrechen. Würde so lange beim Händler dann verharren, wenn wir überhaupt hinkommen. Das ist die andere Frage. Aber es sollten wir hinkommen. So lange verharren, bis sie mir ein Fahrzeug kaufen kann, mir ein Fahrzeug haben und dann zurück zu meinem Haus wieder zu gehen und dann weiter zu machen. Also das ist mein nächster Plan für die nächste Folge auf jeden Fall. Die Folge ist jetzt vorbei. Ich merke mal, es ist 16 Uhr, dass der Server dann restartet. Das Schöne ist, jetzt könnte man wieder in die Polizeistation rein und wir müssen nochmal looten. Allerdings ist Polizeistation looten unglaublich langweilig. Und deswegen gucken wir mal. Wir werden es auf jeden Fall so machen. Die Folge ist zu Ende. Eine sehr kurze Folge. Aber gut, Server Neustart. Was willst du machen? Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Skam wieder. Ciao, ciao. Macht es gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Skam wieder.